Was? Ich frag mich warum der mich und Steven eben nicht gefunden hat im Badezimmer, der war direkt hinter uns. Keine Ahnung. Aber Obake ist schon komisch gewesen, weil er die Kerzen noch an waren. Also Edgefield. Und an der Stelle hat er nie ge-huntert. Ah ok. Also Edgefield, ich geh eine rauchen, bis gleich. Ja. Gut, ich bin aber auch ganz kurz afkar. Machen wir kurz Pause. Ich auch. So, oben? Ja. Mh? Ja. Weil man willst dich mit mir verstecken? Ja, ich komm schon, weil ich sterb dann sowieso. Komm Knudschi, deine Lieblings-Map. Was haben wir denn? Nichts. 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 Da oben blaues Zimmer. Diese? Diese. Oh ja, 09. Wo ist es? Oben blaues Zimmer. Der hat doch gerade hier was angetrutscht. Oh ja. Wollen wir noch gucken, ob er da noch ist. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? D-Man ist raus. Ach, da soll ich raus. D-Man ist 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 raus. D-Man-Tür ist raus. Schild ist raus, Barker ist raus, eine Fahrliegenkatsche. Das schleicht mal, der auch raus. Und da draußen, Han? Benji? Benji? Schreib ins Buch! Wir haben leider keinen Bewegungszensor, ne? Schreib ins Buch! Hat hier niemand dort kontrolliert, wenn keiner hier war? Es ist die ganze Zeit jemand hier, ich wollte vorhin gucken, aber die ganze Zeit war jemand im Raum. Alle raus! 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 Da sieht man die Dots sehr schlecht. Hmm. Hallo. Wie hat er geblinkt? Habe ich nicht sehen können. Ich habe ihn noch einmal ganz 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 kurz gesehen. Ja Ben, aber wir spielen doch nur mit einem Beweis. Ja Spirit Abfahrt. Ok. Es ist so schnell aufgeladen. Nö, aber das ist mir als ich unten kockt bin eingefallen. Ja, aber ich sage ja, weil du eben meintest, wir haben EMF 5, es könnte aber noch ein Goryo sein. Wenn wir mit nur einem Beweis spielen, hat der Goryo noch immer Dots und kein EMF 5. Ja, das ist mir im Keller eingefallen. Und der Hunter hat immer freezing. Warum ist es kein Gin? Er hat das Licht ausgemacht. Ok. Ja. Ja. Rituals auch nicht. Warum ist es kein Miling, keine Twins? Hm, weil du die Steps überall hörst. Ich hör die Steps und es flackert noch nichts bei mir, also kann es eigentlich kein Miling sein. Und er war auf der gleichen Ebene. Spricht gegen Twins? Dass ich bis jetzt nur in einem Raum irgendwie Interaktionen hatte. Blöd natürlich, wenn beide Twins in einem Raum sind. Nein. Oh, deswegen fahr ich so doof. Egal, machen wir eine Sprit-Abfahrt. Ja. Natürlich können es auch die Twins sein. Aber... Das denke ich mir. Willkommen zurück. Miling! Ich sag doch, versprich gegen Miling, weil... Egal. Ja, aber warum habe ich seine Steps gehört und bei mir hat nichts geblinkt? Vielleicht weil Edfield einfach nur drei Quadratmeter groß ist? Ja, aber der war mit mir im Keller. Ja. Ja. Ja.